Theaternacht ist natürlich eine super Sache. Es ist unser besonderes Anliegen, den Leuten die Theatervielfalt näherzubringen. Es ist eine Chance, dass man sich inspirieren lassen kann. Theaternacht ist eine gute Gelegenheit. Es gibt verschiedene Formate zu sehen. An diesem Abend keins einfach aus dem vollen Schöpf. Es kommt ganz unterschiedliches Publikum. Es ist pay as you wish. Das heißt, es gibt überhaupt kein Argument mehr, nicht zu kommen. Das Haus ist jedenfalls bislang immer voll gewesen. Natürlich ist das Theater ein Ort, wo Emotionen Platz haben dürfen. Man muss nicht müde sein im Leben, überhaupt nicht.